Wie wir im ersten Halter gespielt haben, habe ich schon gemerkt, dass wir so viel Zeit gebraucht, reinzukommen. Ich wollte auch den Impuls an die Mannschaft geben, egal ob das mit Energie oder mit dem Laute. Ich wollte ein bisschen die Mannschaft wach zu machen. Klar sind wir froh, dass die zweite Halbzeit deutlich besser war. Wir haben da ein bisschen umgestellt. Es hat auf jeden Fall besser funktioniert. Wir hatten aber auch gleich von Anfang an einen anderen Drive. Wenn natürlich der erste Angriff in der zweiten Halbzeit gleich zum 1 zu 1 führt, das gibt ja schon nochmal Schwung. Ich bin immer stolz, wenn ich mit den Toren dabei bin, auch mit meiner Bewegung. Ich denke, dass die zweite Halbzeit gezeigt hat, dass wir wirklich da sind. Nach dem unglücklichen Tor, den wir bekommen haben, haben wir in der ersten Halbzeit das zweite, unbedingt von der ersten Minute. Wir haben es schon gezeigt mit den Toren, dass wir dran sind und wir wollen heute gewinnen. Trotzdem, das erste Halbzeit war nicht gut, nicht perfekt. War schlecht und das kann man einfach klar sagen. Wir wollten früh sie unter Druck setzen und ein schnelles Tor machen, um das Ding zu drehen. Dass du es dann erzwingst in solchen Situationen, ist gut. Ich denke, er ist auch in der Höhe verdient. Wir haben wirklich viele Abschlüsse seit der Halbzeit gehabt und wir sind sehr glücklich, dass wir so ein Comeback hingelegt haben. der 2. Halbzeit geht. Das ist ein guter Gefühl, natürlich. Ich bin happy, wieder hier zu sein. Ich bin happy, dass wir das Spiel heute so gewonnen haben. So eine Reaktion in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Und ja, umso schöner, dass ich noch mein Tor machen konnte. Also wir wussten selber, dass wir viel besser spielen können. Und dieses Vertrauen haben wir nicht verloren. Und deswegen haben wir einfach uns gesagt, ey, wir müssen da jetzt noch mal eine Schippe drauf leben natürlich. Versuche nochmal vielleicht besser über die Außen zu spielen. Und konkreter, konsequenter nach vorne. Und dann, das hat geklappt. Und klar, sobald wir das erste Tor geschossen haben, danach war mehr Schwung im ganzen Stadion, würde ich sagen. Und ja, happy, dass wir so gewonnen haben und verdient. Da können wir jetzt zufrieden sein. Jetzt haben wir diesen kleinen Negativlauf, die kleine Delle, die haben wir jetzt erst mal gestoppt und sind wieder in der Siegesspur. Das ist ein paar Tage Case liорош. Das ist ein paar Tage hast.